Börse entschlüsselt, Handelsstrategien neu gedacht. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Follow Me, I'm a Professor. Mein Name ist Holger von Johann Dietrich und ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik. Das hier ist ja der Data Science Kanal, die Datenwissenschaft und wir beschäftigen uns mit allen möglichen Themen, aber immer wieder gerne und so auch in diesem und im nächsten Video mit der Börse, mit den Finanzmärkten. Und in diesem Video wollen wir uns mal sozusagen angucken, was reingeht und im nächsten Video wollen wir uns angucken, was rauskommt. Naja, was geht rein? Es gehen verschiedene Handelsstrategien rein, insbesondere die technische Analyse, die fundamentalen Analyse und was kommt raus? Es kommen gewisse Gesetzmäßigkeiten raus. Das Faszinierende ist, wie wenig viele Leute, die sich auch schon länger mit der Börse beschäftigen, ja wie wenig die über diese Dinge wissen. Wir werden nämlich in diesem Video, werden wir mal so eine Tiefenbohrung machen. Insbesondere eben technische Analyse, Fundamentalanalyse, aber eben auch die Zusammenhänge. Wir werden vor allen Dingen auch gewisse Zusammenhänge herstellen, beziehungsweise Verbindungen herstellen zu Derivaten, also zu Optionsscheinen, beziehungsweise Optionen. Und dann zum Schluss werden wir nochmal gucken, wie denn eigentlich auch passives Investment und aktives Investment zusammenhängen. Also, wir haben eine ganze Menge vor, aber ich werde das wieder so erklären, Schritt für Schritt, dass man das eigentlich auch möglichst gut verstehen sollte. Wenn es mal irgendwelche Fragen gibt oder sowas, immer sehr gerne entsprechend unten in die Kommentare. Ich lese auf jeden Fall immer alles durch und ich versuche eigentlich auch das meiste immer wirklich zu beantworten. Im nächsten Video, vielleicht mal so ein bisschen schon mal Spoiler, werden wir uns dann die Gesetzmäßigkeiten angucken. Das, was wir in diesem Video lernen über diese verschiedenen Handelsstrategien, das werden wir dann im nächsten Video anwenden und auf eine ganz besondere Art und Weise anwenden. Wir werden nämlich dort eine Multiagentensimulation laufen lassen. Eine Multiagentensimulation in dem Sinne, dass da viele kleine einzelne simulierte Trader sind. Einige von denen machen dann eben Fundamentalanalyse, andere machen technische Analyse, die handeln miteinander. Dadurch gibt es dann eben entsprechende Preise, eine gewisse Preisdynamik und daraus entstehen Gesetzmäßigkeiten. Und das Faszinierende ist, dass diese Gesetzmäßigkeiten sehr ähnlich sind zu den Gesetzmäßigkeiten, die man auch beobachten kann bei wirklichen Finanzmärkten und eben entsprechend an der Börse. Also, das ist alles sehr, sehr faszinierend. Und auch viele von diesen Gesetzmäßigkeiten, die wir dort besprechen werden im nächsten Video, ja, viele, die sich mit der Börse beschäftigen, kennen die gar nicht. Also, insofern denke ich mal, sowohl aus diesem Video als auch aus dem nächsten Video werdet ihr mit einer ganzen Menge interessanten Erkenntnissen rausgehen. Aber jetzt will ich auch nicht länger reden, sondern jetzt gehen wir ganz direkt mal rein in die technische Analyse. So, hier sehen wir auch schon das tägliche Handwerkszeug eines technischen Analysten, nämlich einen Chart. Das hier ist jetzt einfach mal ein Beispiel aus dem Jahre 2018, 2019, also nicht mehr ganz aktuell. Macht aber auch nichts, ja, weil sich das grundsätzlich alles nicht so wahnsinnig geändert hat. Und ja, vom Standard & Poor's, also den 500 größten Aktien aus Amerika. Und wir sehen eben hier entsprechend steigende Kurse, fallende Kurse und so weiter, eine entsprechende Preisdynamik. Und die grundsätzliche Idee jetzt bei der technischen Analyse ist, dass eben der technische Analyst sagt, man muss sich gar nicht so sehr die Wirtschaft selber angucken. Man muss sich nicht die einzelnen Unternehmen angucken, sondern all die Nachrichten sind schon in den Kursen mit drin. Man muss sich also nur die Kurse angucken. Und das Zweite ist, ja, die Menschen selber ändern sich nicht. Da gibt es immer gewisse überschießende Reaktionen. Das sind einfach Muster, die dort in der menschlichen Psyche letztlich liegen und die kann man eben ausnutzen. Und der technische Analyst versucht dann eben gute Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden, um dann eben entsprechend, ja, wenn es hoch geht, dabei zu sein. Und wenn es dann gen Süden geht, eben rechtzeitig auszusteigen. Und da gibt es also unterschiedlichste Indikatoren. Hier habe ich einfach mal einen ganz einfachen Indikator genommen, nämlich die 20-Tage-Linie. Das heißt, einen gleitenden Durchschnitt über die letzten 20 Handelstage. Wir haben da zwei Effekte. Also das eine ist, wir haben so eine gewisse nachlaufende Dynamik, wenn man sich das mal anguckt. Das eine ist im Prinzip eine Kopie vom anderen. Und das Ganze ist geglättet. Also diese Extremausschläge werden eben nicht mitgemacht. Und der technische Analyst oder viele technische Analysten sagen jetzt eben, okay. Gewisse Indikatoren kann man daraus ableiten. Wenn denn eben der tatsächliche Kurs diese 20-Tage-Linie von oben nach unten beispielsweise durchbricht, das wäre dann ein Verkaufssignal. Mit anderen Worten, dann geht es halt gen Süden. Und hier war es ja auch tatsächlich so. Und umgekehrt, wenn jetzt eben diese tatsächliche Kursbewegung eben die 20-Tage-Linie von unten nach oben durchbricht, das wäre dann ein Kaufsignal. Und wir sehen, hier hätte das Ganze auch relativ gut funktioniert. Aber es gibt auch immer mal wieder Fehlsignale. Also das gehört auch mit zum Spiel. Nichts funktioniert immer. Sonst wären ja auch alle, die es machen würden, unendlich reich. Sondern es gibt auch immer mal wieder entsprechende Fehlsignale. Man sieht es an dieser Stelle. Gerade so Seitwärtsbewegungen sind für solche Systeme nicht so gut. Oder auch hier haben wir verschiedene Signale, wo er dann mal aussteigt und wieder einsteigt und so weiter. Ja, also das ist so eine dieser Möglichkeiten. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Indikatoren. Was man an der Stelle sagen kann, ist, dass grundsätzlich die technische Analyse in einer gewissen Art und Weise eigentlich verstärkend auf diese Kursausschläge wirkt. Naja, warum? Einfach deswegen, weil in dem Moment, wenn ich eine gewisse Dynamik habe, ein gewisses Momentum in den Kursen, dann werden oftmals diese Indikatoren getriggert. Das heißt, wenn es sowieso aufwärts geht, dann kaufen eben technische Analysten. Und umgekehrt, wenn es entsprechend gen Süden geht, ja, dann verkaufen sie eben. Ja, und dadurch wird natürlich jeweils die Aufwärtsbewegung, aber eben auch die Abwärtsbewegung verstärkt. Und im Gegensatz dazu wollen wir uns jetzt mal mit der Fundamentalanalyse beschäftigen. Der Fundamentalanalyst kommt jetzt aus einer ganz anderen Ecke und sieht die Welt völlig anders. Der sagt, dass es also eben nicht reicht, einfach nur sich die Preisentwicklung und die Kurse anzugucken, sondern dass man sich schon intensiv mit den Firmen selber beschäftigen muss, mit deren Geschäftsmodellen, mit den Zahlen und so weiter. Einer der bekanntesten Investoren in dem Zusammenhang ist der Warren Buffett, ja, eine Investmentlegende. Ja, habt ihr bestimmt schon mal gehört, einer der reichsten Menschen der Welt. Aber natürlich werden auch bei den Fundamentalanalysten nicht alle reich, sonst wäre es ja auch wiederum zu einfach. Was ganz interessant ist, ist, dass im Grunde genommen beide Strategien ja so zwei Seiten derselben Medaille sind, dass das eigentlich komplementäre Strategien sind. Selbst viele, die sich mit der Börse länger beschäftigt haben, denen ist das gar nicht so klar. Und ich möchte jetzt mal erklären, warum das eigentlich so ist. Also, wie gesagt, der Fundamentalanalyst, der beschäftigt sich mit den Firmen selber. Auch da gibt es wieder alle möglichen Kennzahlen, Kurs-Gewinn-Verhältnis, ist zum Beispiel ein ganz bekanntes, dass ich also den Kurs des Unternehmens eben zum Gewinn in Beziehung setze. Und je niedriger diese Zahl ist, desto attraktiver ist eben das entsprechende Unternehmen. Das Ganze setzt voraus, dass jede Firma einen inneren oder einen wahren Wert hat und dass ich den in einer gewissen Art und Weise eben auch bestimmen kann. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was von der Dynamik dort passiert, passiert eigentlich genau das Gegenteil von dem, was bei der technischen Analyse passiert. Nämlich in dem Moment, wenn ich annehme, dass ich einen inneren Wert habe, einen wahren Wert habe bei diesem Unternehmen, Je niedriger dann eben entsprechend der Kurs ist, desto eher bin ich ja geneigt, eben dieses Unternehmen zu kaufen, weil ich, und das ist eine weitere Annahme, davon ausgehe, und das tun eben Fundamentalanalysten, dass sich die Börse irgendwann schon wieder, ja, diesen oder der Kurs eben der entsprechenden Aktie eben wieder dem wahren Wert annähern wird. Mit anderen Worten, ich habe gewisse überschießende Reaktionen, der Kurs ist jetzt eigentlich zu niedrig, ich kann also beruhigt kaufen, weil irgendwann werden auch die anderen das einsehen, und dann wird also der Kurs wieder steigen, bis er eben mindestens bei diesem wahren Wert gelandet ist. Umgekehrt natürlich genauso, wenn das Ganze eine überschießende Reaktion, und du siehst eben, der Fundamentalanalyst war, dass also das Unternehmen eigentlich viel zu hoch an der Börse gehandelt wird, im Vergleich eben zu seinem wirklichen Wert, wahren Wert, inneren Wert, ja, gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, die da benutzt werden, dann wird der Markt das irgendwann einsehen, und dann wird das Ganze auch wieder fallen. Mit anderen Worten, wir haben bei der Fundamentalanalyse eigentlich eine stabilisierende Komponente. Also wenn entsprechend eben die Aktien fallen und unter diesem Wert, diesem wahren Wert gefallen sind, dann wird der Fundamentalanalyst eben kaufen, und umgekehrt, wenn sie eben entsprechend immer weiter steigen, und so weiter, wird er sagen, das passt nicht mehr, das ist ja jetzt, der Kurs ist viel zu hoch, im Vergleich eben zum wahren Wert, dann wird er verkaufen. Also genau das Gegenteil vom technischen Analysten, ja, der technische Analyst, der eben, wenn bestimmte Indikatoren getriggert werden, wenn wir eine gewisse Aufwärtsdynamik haben, ein gewisses Momentum haben, dann kauft er, umgekehrt, wenn es gen Süden geht, dann verkauft er. Also zwei Seiten derselben Medaille. Und das werden wir uns jetzt nochmal in Diagrammform angucken und Zusammenhänge herstellen zu Optionsstrategien. Wir fangen mal an mit dem Auszahlungsdiagramm eines technischen Traders. Und hier sehen wir entsprechend, und das ist grundsätzlich bei diesen Auszahlungsdiagrammen so, auf der x-Achse die Entwicklung des Kurses der Aktie, des sogenannten Underlying. Es kann auch ein Index sein, gehen wir einfach mal von einer Aktie aus. Und wir sehen, das Ganze läuft also hier von 0 bis 100 oder 100, da sitze ich jetzt gerade. Und warum 0? Naja, theoretisch kann so eine Aktie natürlich auch auf 0 fallen oder nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch, sehe Beispiel Wirecard. So, bei der 50 scheint also ein ganz besonderer Punkt zu sein, da gehe ich gleich noch darauf ein. Vielleicht nochmal ganz kurz zur y-Achse. Bei der y-Achse sehen wir eben jeweils die Auszahlung der jeweiligen Strategie, die ich fahre. Und wir sehen, das Ganze geht eben entsprechend, wenn ich hier also die Nulllinie ziehe, naja, von 0 bis 100, das spricht, sprich also im Positiven von 0 bis 50 und im Negativen von 0 bis minus 50, sind dann zusammen eben auch 100. So, was ist jetzt die 50? Die 50, das ist der Indikator, ab dem eben jeweils das Kauf- bzw. Verkaufssignal bei dem technischen Analysten getriggert wird. Und ab diesem Kaufsignal, also bei einem positiven, bei einer positiven Aktienentwicklung, würde das eben bedeuten, dass ich ja ab dem Zeitpunkt Gewinn mache. Also hier sehen wir entsprechend eben im Positiven diese Linie. Umgekehrt, wenn ich ab 50 dann verkaufe, dann bin ich ja raus aus dem Markt und egal wie tief die Aktie dann eben abstürzt, bleibe ich bei plus minus 0. Und deswegen haben wir hier diesen Knick bei 50 in der entsprechenden Kurve. Das Faszinierende ist, das ist genau auch das Auszahlungsdiagramm einer Optionsstrategie und zwar von einem sogenannten Long Call. Long Call bedeutet, also Long bedeutet ich kaufe, Short bedeutet ich verkaufe, Long bedeutet ich kaufe. Ein Call, also eine Kaufoption. Mit anderen Worten, ich kaufe eine Kaufoption. Ich stotter nicht, sondern wir haben eben wirklich diese beiden Dinge. Wir können mal grundsätzlich Dinge kaufen und verkaufen und es gibt Kaufoptionen und Verkaufsoptionen. Und ich denke mal, diejenigen, die sich schon mal ein bisschen mit Derivate-Strategien auseinandergesetzt haben, werden das auch faszinierend finden, dass wir hier diese Verbindung haben. Auf der einen Seite eine Trading-Strategie, also technisches Trading und die direkte Verbindung eben zu einer Optionsstrategie. Und im nächsten Diagramm gucken wir uns das Ganze analog nochmal zur Fundamentalanalyse an. Und hier haben wir nochmal das gleiche Diagramm für die Fundamentalanalyse. Der einzige Unterschied ist, dass hier bei der 50 ja nicht mehr der Indikator ist, der getriggert wird, wie das eben noch beim technischen Trader war, sondern hier nehmen wir einfach an, dass 50 der innere oder wahre Wert ist, über den wir ja eben schon mal gesprochen haben. Dann ergibt sich also folgende Dynamik. Der Fundamentalanalyst, der hat eben diese 50 sozusagen berechnet. Und ja, in dem Moment, wenn die Aktie eben unter diese 50 fällt, dann würde der zuschlagen. Und deswegen sehen wir eben diesen ganzen unteren Bereich hier. Gut, wir sehen jetzt hier auf der Y-Achse nur negative Werte, aber es bedeutet natürlich nicht, dass der Fundamentaltrader jetzt irgendwie verliert und der technische Analyst nur gewinnt, sondern er kann ja zum Beispiel bei 20 einsteigen. Bei 20 einsteigen und dann wartet er eben ab, bis er bei der 50 landet. Dann hätte er also diese vollen 30 mitgenommen. Aber dann sagt er, okay, also jetzt ist der innere Wert erreicht. Weiter geht es nicht, beziehungsweise wenn es da rüber ginge, dann wird es auch relativ schnell wieder entsprechend abfallen. Also verkaufe ich denn bei 50, dann hat er diesen ganzen Bereich mitgenommen. Aber was darüber hinausgeht, also wenn die Aktie jetzt tatsächlich doch immer weiter steigen würde, durch welche Entwicklung auch immer, da wäre er dann im Bereich Plus Minus Null, weil er entsprechend ausgestiegen wäre. Und von der Derivate-Strategie haben wir hier auch wieder eine analoge Strategie. Das Ganze nennt sich nämlich Short Put. Short hatten wir eben schon gesagt. Verkaufen, also ich verkaufe einen Put, ich verkaufe eine Verkaufsoption. Auch hier wieder die direkte Verbindung. Und jetzt im nächsten Schritt wollen wir mal beides miteinander verbinden, zum großen Finale sozusagen. Da kommt was ganz Faszinierendes bei raus. Ja, dadadada sozusagen. Ja, was sehen wir hier? Also wir sehen auf der einen Seite das, was wir eben schon hatten, hier im oberen Bereich eben der technische Trader und im unteren Bereich der Fundamental Trader. Und beide Linien bilden jetzt also eine durchgehende Linie. Und was ist das? Naja, das ist im Grunde noch nichts anderes als die Aktie. Die Aktie mit allen ihren Höhen und Tiefen, buy and hold, mit anderen Worten, ich kaufe die und halte sie stoisch, egal ob sie jetzt entsprechend eben fällt oder eben steigt. Und das Ergebnis wird auch genau so unterstrichen, durch wiederum eine analoge Derivate-Strategie. Wir hatten eben gesagt Long Call, also Kauf einer Kaufoption, plus Short Put, sprich eben Verkauf einer Verkaufsoption. Das beides zusammen ist in der Derivate-Theorie auch genau das sogenannte Underlying, also sprich die Aktie oder Index oder was auch immer ich dort eben handel. Diese Gesetzmäßigkeit nennt sich Put-Call-Parity. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Ich nehme jetzt vereinfachtend hier an, dass der Zinssatz bei Null steht. Sonst müsste man da noch einen Ausgleichsfaktor mit reinpacken. Aber das lassen wir jetzt einfach mal weg. Und das ist doch hier ein super faszinierendes Ergebnis, dass ich auf der einen Seite eben diese beiden Strategien miteinander verbinden kann, also technisches Trading und fundamentales Trading. Und wenn ich das eben tue, kommt am Ende buy and hold dabei raus. Und was das eigentlich bedeutet, da möchte ich jetzt gleich nochmal am Ende des Videos drauf eingehen. Ja, was bedeutet das alles? Was bedeutet das, dass wenn wir diese beiden Strategien miteinander verbinden, wir bei buy and hold landen? Also für mich bedeutet das erstmal diese ganze buy and hold Geschichte. Da denke ich persönlich immer so an meine eigenen Anfänge an der Börse zurück, dass ich mich das erste Mal für das Thema begeistern konnte. Und zwar war das, ich habe es hier gerade nochmal rausgesucht, von dem, oder bin da inspiriert worden seinerzeit, durch den André Costolani, so diesen Altmeister der Börse. Haben viele wahrscheinlich gar nicht mehr gehört. Ist aber absolut lesenswert. Also ich kann dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Der André Costolani, der ist so ein Geschichtenerzähler vor dem Herrn, der hat, glaube ich, auch wirklich ein sehr, sehr bewegtes Leben gehabt und erzählt auch alle möglichen, auch spannenden, zeitgeschichtlich spannenden Dinge, aber wirklich so wie ein Krimi. Ich verlinke euch das entsprechend unten in der Caption. Und der André Costolani hat eben immer gesagt, buy and hold, also Aktien kaufen und Schlaftabletten nehmen. Also entsprechend sich wieder hinlegen. Also egal, sich nicht verrückt machen lassen durch dieses dauernde Auf und Ab von der Börse. Ja, das Auf und Ab von der Börse, das kommt eben genau durch diese verschiedenen Strategien. Also eben die technischen Analysten und die Fundamentalanalysten. Wobei man muss natürlich sagen, wir haben schon eine ganze Menge vereinfachende Annahmen gemacht. Wir sind also ganz, ganz hoch gestiegen und haben so von oben auf die ganze Sache eben runtergeguckt. Das Erste, was wir eben angenommen haben, ist, dass es eben nur diese beiden Strategien gibt. Also dass es eben nur fundamental und technisch gibt. Gibt noch ein paar mehr. Gibt natürlich Analysten, die sich eben auch mit Sentimentanalyse beschäftigen. Da habe ich ja in meinem letzten Video zu geredet. Gibt eben auch die sogenannten Quants, also die quantitativen Analysten. Aber was auch wahr ist, ist, dass es eben, also dass es schon ganz, ganz wichtige Gruppen sind. Die Techniker, die sogenannten und eben die Fundamentalanalysten. Und dass man viele dieser anderen Strategien denen auch unterordnen kann. Aber was wir zusätzlich eben auch noch angenommen haben, ist, dass die sich auch alle gleich verhalten. Also dass die alle so in einen Topf geworfen werden können. Dass die alle quasi die gleichen Ein- und Ausstiegssignale eben benutzen. Und dass eben auch, um die Diagramme denn eben auch passend zu machen sozusagen, haben wir zusätzlich noch angenommen, dass eben in diesem Falle alles so bei dieser 50 liegt. Was für die einen eben diese Ein- und Ausstiegsindikatoren sind, also bei den technischen Tradern. Das war ja eben der innere oder wahre Wert bei den fundamentalen Tradern. Aber nichtsdestotrotz, wir haben diese ganzen Dinge eben vereinfacht angenommen. Im nächsten Video werden wir sehen, ob das wirklich zu einer entsprechenden Dynamik führt. Und ob man da denn eben auch auf gewisse Gesetzmäßigkeiten der Börse kommt, wie sie auch in der Realität existieren. Spoiler Alert. Ja, tut man. Super faszinierend. Aber nichtsdestotrotz sehen wir eben auch hier, dass eben wir haben, und darauf wollte ich jetzt eigentlich nochmal hinaus, wir haben eben zwei aktive Strategien, die wir miteinander kombinieren. Und am Ende kommt eben die passive Strategie bei raus. Aktiv bedeutet ja eben kaufen, verkaufen. Und passiv eben kaufen und liegen lassen. Warum ist das so? Naja, bei unserer Simulation hier oder bei unserer Annahme ist es einfach deswegen so, weil wir eben letztlich den gesamten Markt abdecken. Also auf der einen Seite haben wir eben die einen Trader, die dann eben kaufen, wenn die anderen verkaufen, umgekehrt, umgekehrt. Und dass am Ende dann natürlich dort der gesamte Markt rauskommen muss, leuchtet dann irgendwo auch ein. Gut, sind wir am Ende. Mich würde wahnsinnig freuen, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr ein Like da lasst. Und vor allen Dingen würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den zweiten Teil euch anguckt. Also wenn wir dann wirklich zu dieser Multi-Agenten-Simulation kommen und ja, dann zu den Gesetzmäßigkeiten der Börse, wie sie viele eben, selbst wenn sie sich lange damit beschäftigen, auch noch nicht kennen. Insofern, ja, schaltet wieder ein und wir sehen uns dann. Bis dahin. Danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.